Hallöchen und willkommen zurück zu Portal Knights mit dem Onkel. Ja, hallo, Hallöchen. Ja, wir sind hier in der Ruin stehen geblieben. Wir haben uns nicht bewegt. Nein. Die Tür musste ich hier wieder zumachen. Aber jetzt hab ich sie aufmachen. Ja, darfst du. Oh. 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 Absturz. Oh. Näh. Doch. Absturz. Okay, liebe Freunde. Ähm. Ich bin gleich wieder da. Ich... 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 Ich glaube, das war gerade zu viel für meinen. Warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich bin doch da. Mich hört man doch. Das ist gut. Boah, nein. Jetzt starten. Ja, das war glaube ich gerade zu viel. Was war zu viel? Ich hab das Gefühl... Ich hab das Gefühl, dass sie im Multiplayer ein bisschen... umge... ...fixt haben. Ich hab das Gefühl, dass sie im ... 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 mich hier später was so was macht er jetzt wieder hier eine kiste gartenpilz veredelter flammenrubin und eisenerz so jetzt geht es bei mir auch wieder weiter entschuldigung meine freunde das spiel das kommt mir völlig abgeschmiert aber ist egal weiter geht es verpasst du willst doch die tür öffnen können wir den namen erfahren wir schöne schneit bekommen so was steht zu vertuschen falsch abgebogen bist du ich bin hier unten boah was baue ich denn das tue ich mal wegschmeißen ich habe keinen platz mehr jeder sammler da wird wo ich habe hier ein schleifstein und ich habe ein basalt schleifstein okay die sind besser schön ja was alt ist viel besser erdblock kann ich mal wegschmeißen warum nicht davon haben wir über tausend im lager okay hier gibt es nichts gescheites so wie es aussieht ja wir versuchen noch die zwei portale die zwei wie gibt es denn hier eigentlich keine feinde keine nützpflanzen keine ressourcen was salzstein blöcke gibt es hier nur palmfrucht aloha kartoffelfeld also ist nichts aber warum steht es bei mir nicht eine ahnung ich glaube wir uns tiefe schwarz oder können wir sie eigentlich zur strahlende böschung weiter weiter blitzen oder strahlende böschung ja da darf ich darf ich ich bin gerade sind wir jetzt hier echt schon ja hier scheint nichts nichts tolles zu geben das ist ja doof voll uncool ich komm hier auch gar nicht mehr hoch irgendwie komm ich lass uns weiterreisen ja okay egal du musst jetzt mit 3 2 1 strahlende böschung ich glaube es liegt aber auch einfach nur daran okay ich kann jetzt noch stufe 14 kann ich schon gereisen aber wenn das dann stufe 15 oder so dann wird es schon wieder knapp dann mit mir denke ich schon mit der energie und so ein scheiß es könnte sein ja also als fernkämpfer kann man noch gut ausweichen wenn man ausweichen kann wenn man getroffen wird ist man natürlich tot tot aber irgendwas ist hier übel sei wahnsinn du bist du jetzt schon dort oder ja ja ich reise immer noch in den portal okay aber bei der strahlenden büschung waren wir schon waren wir schon ja da haben wir sogar schon das portal das eine von eins können wir doch gar nicht gewesen sein weil wir das freigeschalten haben wir haben wir haben wir haben talks wo haben wir die drei sachen freigeschalten ich renne weg mumie natürlich ja klar da waren wir doch vor uns das war doch das hier wo du auch hier rein bist nein 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 hier waren wir noch nicht ehrlich nicht glaub mir onkel ich liebe diesen namen ne klar hier ist war wir doch schon drin natürlich hier geht es runter hier ist der balken da waren wir schon dann haben sie die map relativ gleich gehalten wir waren hier noch nicht klar hier drinnen war die mumie und dann sind wir hier runter natürlich in toxmo haben wir doch drei dinge aufgemacht drei portale hier waren wir schon neu doch hier sind die drei türen hier unten natürlich sicher ja rot man brau du machst wieder sachen gut da geht es direkt weiter komischerweise habe ich nämlich hier äh wenn ihr zu guten Tag das jetzt weiter blasen tal blassen das das blasen das blasen ja das blasen blasen ne schnee ist ne 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 Oh Mann, ne, das taue ich ja mal weg. Also wenn das die Entwickler hier sehen, Leute, ich schenke hier eine Dauerschleife, was das Portal angeht. Ich glaube, dass das an dem Rechner liegt, das war doch sonst immer nicht so. Nein! Doch! Neu! Okay, wie viele Portale haben wir denn hier überhaupt? Zwei. Dann suchen wir uns die mal, würde ich sagen. Ich habe eher die Vermutung, dass es an dem Multiplayer-Kombo-Figuration liegt. Kombo-Figuration. Seides-Setzlinge, was ist denn das hier? Blümchen. Die können sich einfrieren, was ist denn mit dem Kombo-Bongo los? Nein, mein Rucksack ist voll. Also ich kann mich hier nicht groß aus... Hier ist ein Affe, aber ein Weiß halt. Hm, die können sich einfrieren. Total uncool. Ne, das ist ein Wolf oder was ist denn das? Das ist Yeti. Ach so! Eisrose. Also ich kann nichts mehr... Also bei mir ist Pumpen schattendicht, ich kann nichts mehr... Lass es doch einfach ein bisschen erkunden. Wir können ja jederzeit nochmal her. Ja, ich wollte aber gerne auch was einsammeln. Ähm... Du bist mein Akkro-Gesicht. Nachtnadelsprossen. Grüße euch. Lass mal die... Steinziegel. Können wir noch gebrauchen? Aber die kann man sich auch fix selber herstellen. Komm, weg damit. Das war weg. Kartoffeln, können wir auch weg tun. Kannst du essen, wenn du kein Leben hast. Ne, ich hab Kartoffeln. Äh, meine ich Kartoffeln. Äh, Kartoffelsetzling. Ah. So, dann haben wir hier das. Das. Oh, Seide-Setzling habe ich bekommen. Sehr schön. Kartoffeln. Ist die 6. Die Teile ich übergucken. Na gut, jetzt habe ich schon mal ein bisschen Platz. So, was ist hier überhaupt nichts? Nipp. Oh Gott. Okay. Oh, das ist ein ganz großer Ton. Das ist schön. Aber dann müssen wir auch den Typen vorbei. Ja, 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 ja. Ich würde sagen... Ataki! Ich habe sie noch nicht bemerkt. Glaube ich zumindest nicht. Wir werden mich sicherlich die bemerken hier. Oh, ich habe ein paar Teile gefunden. Oh, ist das hell. Ja, sie sind weg. Geil. Rapunzel, Rapunzel, lass dein Haar da runter. So, Portal Nummer 1 ist geöffnet. Ich habe ein Loch gefüllt. Okay. Oh, ich habe auch genug Erdblöcke da. Hat denn hier das Loch gebuddelt? Was kriegst du? Immer gebuddelt. So, der Leer. Ja, Hammer. Und eine zu Schömmchen. Und eine zu Rabunzel. Oh, Dunzel. Und Jedi. Kung-Pon-Go. Hilfe. Kommst du mit mir mit? Alter, wo ist er denn hin? Ich will mal Rapunzel tun. Wo ist denn der Tor mitten hier? Ach, hier. Ich habe ihn. Ich komme nicht übersehen. Du bist schon drin, wa? Ja, ich stehe an der Tür. Ich bin noch nicht drin. Ich komme. Ich komme. Ich komme. Ich bin da. Boah, jetzt hat er sich noch wieder zu. Ich würde sagen, gehen wir erstmal nach oben. Okay. Okay. Oh, ziemlich löcherig hier, aber cool. Ja. Ob wir jetzt Rapunzel fänden. Oh, Fledermaus. Darum rätst du den wieder weg? Der mich angegriffen hat. Ach, das ist eine Bombe. Drecksvieger. Ob da oben was ist? Scheiße, der Tod. Toll. Ich habe keine Blöcke mehr. Das ist doch Kacke. Hä? Ähm. Schöner dich. Danke. Bitte. Oh, hier oben ist definitiv was. Aua, 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 aua. Der Tod? Eine Kiste. Oh, Kiste. Grünes Portalsteinfragment. Kerkerkäfig, Boden, gedau... Nee. Nee, das ist nicht das Richtige. Hä? Wieso ist hier selbst... Hier ist halt Football. Fichtensützling, Fell. Hier ist halt Football. Was? Was? Schraube, Football. Komm. Ficht? Ohne Matsch. Ohne Quatsch. Alter, was redest du denn da? Ohne Matsch. Ohne Matsch. Guck mal, links, nimm dir. Guck mal, hier. Hier noch eben. Ja? Bombe? So, äh, ich hab wieder ein Level gespielt. Och, jetzt rede ich auch Quatsch. Oh, gelinderte Schmerzen. Regeneriert 5% Leben, nachdem die Gegner besiegt wurden. Oh, jetzt hab ich den... Alter! Hast du mal auf die... Was denn du? Ähm, ich schmeiß den Football auf den Kopf. Das ist mal ran, das ist ja cool. Guck mal, hier Onkel, da unten ist noch einer. Kannst du aufsammeln. Das ist in so einer Art wie Bomben oder sowas. Du bist voll. Ja, warte. Ich bin voll raus. Schmeiß irgendwas weg. Ich weiß nicht was. Ach, geil, was? Waren der Tränke. Was hab ich denn hier? Ich hätte hier noch eine Schriftrolle daheim... Nö, lass ich. Ähm, ich hätte... Was könnte ich denn... Was hab ich denn? Was mach ich denn? Ich sag alles... Was wollen wir denn? Was können wir denn? Komm, den Pilz, den tu ich mal weg. Genau, Pilz kannst du essen. Jetzt hab ich den Football nicht, weil du den jetzt eingesammelt hast. Nein. Football musstest du haben. Den hab ich nicht. Nö, ich hab den Football nicht. Dann warst du langsam, Onkel. Warum? Wie kann man so langsam sein? Den hast du bestimmt. Nein. Klar. Ich gucke nochmal. Bogen, Bogen, alter Bogen weg. Unter den Platz. So, schauen wir mal. Feuer. Nein, nix Football. Nix Football? Und den Football auch nichts. Den hast du? Komisch. Ich hab'n nicht. Naja, ich geh mal hier runter. Ich bin mal ganz unten schon. Ich auch. Oh. Oha. Hä? Da ist doch gar nix. Die haben mich auch gegriffen. Okay, wir haben hier zwei Türen. Ich würd sagen, wir machen es mal die kleine. Hallo? Hallo? Zumachen, zumachen! Schnell, zumachen! Das sieht doch hier so aus, als wäre da was dahinter, oder? Komm, ich bin hier. Das ist aber auch übel. Nee, ich glaube, das war ein Zier der vierte. Nee, da ist aber nix dahin. Da, 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 da. Ach so, ein paar Steine. Ehe Menge Erde. Nun gut. Warum sind wir hier? Ach, das ist doch ein Bier. Hallo? Was denn? Ups, alles gut. Du gut. Ich bin hier runter. Ah! Danke. Voll lustig. Okay, ist schon wieder weitergegangen. Hier ist eine Kiste. Ja, links, da. Oh, sehr schön. Eisenerz, Kupferblatt, Block, Preiß-Salz, Schleifstein, einfacher Haltrang. Yeah. Hallo, everybody. Mach mal du. Everybody. Oh, das ist nur zwei. Wow. Wow. Ich kann nicht. Oh, Kupfer. Mann, Holz hau ich weg. Yeah. Irgendwie ist ein Tier. Er ist wie Chuck Norris. Oh, schon wieder Rucksack voll. Nur schöne. Das ist die Schriftrolle. Oh, noch weg. Hast du die jetzt eingesammelt? Ach nee, Rezept für klassischen Tisch. Oh, jetzt hau ich ihn jetzt wieder weg. Ich hau ihn jetzt weg. Das ist jetzt. Ficht, Fichtensitzling. Holz mach ich weg. Bernstein, Glockensitzling. Guten Tag. Guten Tag, Herr Nasemann. Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Geht's noch weiter runter, Nero. Hier geht's noch weiter runter, Nero. Hier geht's noch weiter runter, Nero. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui Käfig, Käfig, Käfig! Käfig, Käfig! Käfig! Käfig, vertical! Okay, was ist da unten? Nichts. Hm, sind das. So, mach mal auf, genau. Hüiho! Hinter dir, hinter dir, hinter dir! Oh! Stirb, du Schweine! Stirb, du Sau! Oh, Portal! Gay! Gay-Raum? Voller Gay-Raum! Guten Tag! Guten Tag, Hanna! Achtung, Bombe! Aua! Achtung, Bombe! Alter! Mach sie hoch! Mach sie hoch! Mach sie hoch! Mach sie hoch! Verpischt euch, ihr dreckigen kleinen Säcker! Prost du, Sack! So, wir öffnen nun das Portal! Öffnen das Portal! Das ist doch das 1 Portal, was noch fehlt! Ja, das ist alles jetzt fertig! Sehr schön! Und wir sind auch schon bei 1731! Ja, wir reisen schnell noch zurück nach Hause! Nach Haus! Nach Hause teleportieren! Ups! Sein Donkey! Ja! Will nach Haus telefonieren! Donkey! Nee! Wir teleportieren! Nach Haus teleportieren! Nach Haus teleportieren! So! Wir sind wieder auf unseren friedlichen Hügel, in unserem schönen Heimatort mit dem, äh, Ruin-Baustein Elanero und, äh, Noxy! Ja, vielleicht wird das ja immer noch mal ein Zuhause! Man weiß es nicht! Man muggelt! Ja! Wir müssen es auf jeden Fall ausbauen in einzelne Räume! Wir haben da mal überlegt, was wir so machen können! Mal gucken! Mal so ernst nicht weiter, ehren! Nee, du! Ich muggel mir das den Kopf, du! So, ich guck mal, was ich hier noch machen kann! Dann wollen wir gleich mal hier noch, äh, die Ofen auf 3 hoch machen! Oder die Werkbank, oder was war das? Die Schmiede? Ach genau! Dann müssen wir aber erstmal hier... Eisenbarren! Genau! Genau! Wir haben ja Eisenerze, das packe ich mal hier rein, und kann irgendwo da alles Eisenbarren nehmen! Oh, so! Ach, sehr schön! Dann machen wir das mal schnell hier! Was ist da? Hä? Ich guck doch hier gerade in die Kiste! Äh, das war jetzt ja auch heischerartig! Heischerartig! Äh, so! So, okay! Gucken wir jetzt hier rein! Ein S und ohne O! So! So! So, wo hast du jetzt diese Eisenbahn hingehen? In die erste Kiste? Äh, so! Genau! Eisenbahn! So! Kohle brauchen wir noch! Wo waren die? Ja, die hab ich ja vorne mit rein! Wo haben wir uns noch das Eisen raus! Und die Kohle raus! Und das noch raus! Oh! Wo packen wir das Käfig? Schöne! Da! Das sieht gut aus! So! Wir könnten auch den Schmelzofen... Nein, ist egal! Hm! Schmelzofen brauchen wir jetzt nicht! Der macht ja erst gerade das, was er machen soll! Richtig! Richtig! Jetzt das Spiel gibt es hier gerade... Ach ja! So! Na! Wir haben... Wir haben doch... Haben wir sowieso! Denk ich mal! Voll! Nachtnadelsprosche! Also auf die Sätze, Lady! In einem Um Hoffnung... Elf! än dir Nörg! Flömm gebracht! Aber auch die Sinne... so so lieber so lieber ambos wir machen jetzt ja mal aufrüsten 2 herstellung möbel klassischer feuerkorb ist manuelles herstellen werkzeuge kann man nicht okay am bus 2 okay wir haben hier geil einen eiserner sonnenspalter 142 schaden oder klingt böse was haben wir denn hier für dich zum beispiel da ist gar nichts dabei also kein eisenbogen nichts ich glaube mir muss man eher die werkbank aufrüsten kann das sein geht denn das noch höher eisenbarren und zehn holz also der eiserne da würde mich jetzt schon interessieren und das zeug hätten wir da dann mach es dir doch aber ich hätte hier auch einen piratensäbel da hat zwar nur 112 schaden macht er aber da hat noch mal 50 rüstung fünf prozent gegen zauber schaden und 34 prozent kredit oder zwei holzscheit und zweimal fell da muss ich doch mal gucken was wir hier oder das ist ja schon als sonnenspalter übel aus also bei mir hast du eigentlich nur die eisen weil wenn wir die werkbank aufrüsten kann ich mir nämlich auch was schönes machen wo haben das hast du noch fell einstecken fell hatte ich definitiv auch gehabt aber da habe ich nur eins da hatte ich nur eins und ja den hatte ich davon weggeschmissen nein ernsthaft ja du hast fell weggeschmissen ich glaube ja hier ist doch fell ich habe hier einmal fell das was ich brauche ich brauche zweimal fell einmal hatte ich einstecken da stand aber leiden daran und kein fell das ist doch eben warum sind das okay onkel das ist bei 23 kristorin ja okay was solltest du jetzt haben die werkbank genau die werkbank werkbank aufrüsten oder habe ich sogar sagt bam 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 so schauen wir rein ok portal kann nichts machen wir haben nachttisch ein regal eine große tür eine gartenbank ein fenster und eine truhe 3 aha so werkbank aber eine eisenholzfäller axt und so ein scheiß haben wir alles ressourcenscanner das klingt gut eisenberg bau kralle holzfäller axt und du ja hier haben wir es doch starke eisenbogen 104 schaden heftig brauche ich noch sechs mal seite also ich habe viermal seite hier und ich habe fünfmal hier ich mach das in die kiste rein wir haben aber hier eine armbrust wir haben einmal ein starker eisenbogen hat 30 prozent kritischen treffer schaden und 104 schaden und dann haben wir eine eisen eiserne jäger armbrust mit sechs prozent ausweich chance und 122 schaden was möchtest du auch gute frage ich habe noch nie eine armbrust gehabt machen wir mal eine armbrust sicher nur warum nicht mal gut wo was neues ein bisschen mehr schaden bitteschön cool da 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 das ausprobieren sterb btk sterb ja boah 128 schaden ja ich muss leider noch warten weil ich brauche erst eisen dafür genau so ich würde sagen wir beenden hiermit die folge äh vielen dank fürs einschalten äh wie immer Verlinkung unten im äh Videokanal bei Hinweis und so ne haha Videokanal okay na dein Kanal ist verlinkt unten in der Videobeschreibung so jetzt haben wir es und schalte auf jeden Fall wieder ein hoffen dass wir nächstes mal den äh noch sie wieder dabei haben das war ein bisschen Schwierigkeiten auch mit der Aufnehmerei wir kriegen das ja nochmal hin im liebsten Sinne auf Wiedersehen und bis denn tschau tschuuuus